Die Alp. Gross und schön, wild und geheimnisvoll. Vier Monate lang werden Robin und ich hier als Hirten leben. Was müssen wir für ein Typ sein, für den Alp zu machen? Ein Pickelherde, ein Satansbrat. Waden aus Stahl. Ein Herz für nasse Hint. Oh, ich fühle mich. Ich stresse das immer. Jeder muss das Scheisse teilen, das Dreck zeigt, die ganzen Sachen. Auch da haben wir es abgeräumt, aber das ist nicht mehr gelaufen. Robin, mein liebster Jugendfreund. Kannst du mir wirklich helfen, dass du so ein Blüter im Gesicht so gut grinsen? Für die Fröhre, die Fröhre, die mir dann gut fühlen. Gerade Regen machen. Seine Fröhlichkeit ist so ansteckend und mit ihm zu sein ein permanentes Abenteuer. Als der Alp-Chef von einer hübschen Schafhirtin auf der Nachbaralp erzählte, dachten wir erst, er wolle uns verarschen. 930. Das sind 930 Schafhirtin? Ja. Geht, es filmt. Sonne. Ist das jetzt das Albleben, wie ich es mir vorgestellt habe? Wie geht's, Rob? Ich habe auch keine Lust mit dir, die Schnur und fertig geht's. Ich habe auch keine Lust mit dir, die Schnur und fertig geht's. Ich habe auch keine Lust mit dir, die Schnur und fertig geht's. Vielen Dank.